hallo meine lieben freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen video heute wieder zum thema home assistant und zwar möchte ich heute mit euch mal einen 8 in 1 sensor für home assistant bauen eigentlich hatte ich bei der kernsanierung hier direkt in die deckenleitungen reingezogen für sensoren leider habe ich das in der unteren etage verpennt beziehungsweise die war schon fertig als überhaupt auf die idee gekommen bin also brauchte ich hier abhilfe und genau aus dieser überlegung ist dieses projekt hier entstanden und ja das möchte ich euch jetzt gerne einmal vorstellen also ich habe das ganze schon mal auf dem steckbrett als prototyp hier experimentell aufgebaut das ganze funktioniert auch ganz gut dann habe ich mit dem 3d drucker schon ein gehäuse design hier in dieser pyramiden optik da passen alle sensoren rein hier oben auch für den lichtsensor was genau wohin kommt da gehen wir im video auch noch mal drauf ein und ja die platinen kommen wie immer von pcb way an der stelle riesengroßes dankeschön dafür und ich würde sagen wir schauen einfach mal was sie mir hier geschickt haben wie immer gut verpackt das ganze hier haben wir noch mal zwei aufkleber für sechsjährige jubiläum ein pcb way kugelschreiber hier haben wir die platinen auch wie immer gut verpackt und ich habe diesmal auch mal noch zwei solarpanels mit bestellt also ihr könnt bei pcb way eben nicht nur platinen bestellen sondern die liefern auch beliebige bauteile die ihr in euren projekten nutzen könnt auch immer zum fairen preis also auch das ist immer mal ein blick wert das nur mal am rand erwähnt schauen wir uns aber jetzt mal die platinen etwas genauer an ja hier seht ihr jetzt die platine von vorne an der ober und unterseite sind die ganzen anschlüsse für die sensoren für die led und für den buzzer in der mitte haben wir den note mcu wie bei fast allen meiner projekte die sind einfach ganz angenehm weil sie eben wlan schon an bord haben für home assistant bieten sie sich an weil sie auch angenehm mit esp home zu flächen sind vielleicht noch kurz zur platine wie immer habe ich sie direkt mit vorverzinnten kontakten bestellt das erleichtert die arbeit nachher ungemein beim verlöten kann ich euch also nur empfehlen kostet bei pcb way auch nichts extra also ich glaube es ist sogar voreingestellt kann ich also nur jedem empfehlen dann müsst ihr nicht vorher noch irgendwie groß verzinnen oder ähnliches sondern es ist direkt ein bisschen lötsinn auf dem pad wunderbar zu verarbeiten also riesen lob noch mal an pcb way an der stelle ja hier seht ihr noch die rückseite der platine ich glaube zur rückseite gibt es ansonsten nicht mehr viel zu sagen und von daher würde ich sagen wir fangen jetzt einfach mal an diese platine zu bestücken und zu verlöten bevor ich jetzt aber die platine verlöte noch ein punkt in eigener sache und zwar wenn ihr noch was bei amazon oder ebay bestellen möchtet dann würde es mich freuen wenn ihr dazu meine partner links benutzen würdet schaut dazu mal unten in die video beschreibung da habe ich beides verlinkt sowohl amazon als auch ebay wenn ihr eure bestellung also aufgebt nutzt doch bitte diese links um auf die seite zu gelangen euch kostet es natürlich nach wie vor dasselbe ich bekomme dann für die bestellung aber eine kleine provision würde mich riesig freuen an der stelle vielen vielen dank dafür wenn ihr schon mal runter scrollt klickt direkt auf den like button lasst ein abo da und klickt auf die glocke wenn ihr kein video mehr verpassen wollt dankeschön auch dafür und ich würde sagen wir legen jetzt direkt los mit dem video ja ich habe jetzt hier mal alle bauteile rausgesucht die wir für das projekt brauchen natürlich als erstes mal die platine und dann gehe ich jetzt einfach mal von links nach rechts wir haben hier einmal einen 100 ohm widerstand einen 10 kilo ohm widerstand diverse kabel um die sensoren nachher anzuschließen ich habe mich hier für diese jst kabel entschieden ich versuche die gerade mal auseinander zu kriegen gar nicht so einfach so dass wir nachher einfach diese wuchse auf die platine löten heißt wir können den sensor nachher bequem anstecken abziehen was haben wir noch wir haben hier ein mq2 gas sensor dann ein dat 22 einen helligkeitssensor einen schallsensor also lautstärkensensor hier so ein kleines mikrofon sowohl der helligkeitssensor als auch der schallsensor hier der sound sensor sind beide digital können nur an oder aus liefern nur ab einem bestimmten schwellenwert dann ein high signal natürlich ein bewegungsmelder dann hier das herzstück die node mcu einen buzzer also so einen kleinen pieper wie man aus dem pc kennen dann habe ich hier noch so eine schraubklemme die ist natürlich optional also ihr könnt hier am 5 volt und ground anschluss natürlich auch direkt ein kabel anlöten ich habe mich jetzt für schraubklemmen entschieden damit man das ganze auch bequem wieder zerlegen kann für den stromanschluss habe ich mir hier noch so eine Buchse besorgt die ist für so eine 8 mm bohrung wie ich sie auch im gehäuse designt habe vorgesehen und da können wir dann nachher ganz normal ein 5 volt netzteil anschließen ja und zu guter letzt in den boden der pyramide kommt hier so ein neopixel ring darüber habe ich dann die möglichkeit entweder ein stimmungslicht einfach nur zu aktivieren oder aber auch später vielleicht über automatisierungen darauf status meldungen auszugeben das sind auf jeden fall so alle bauteile die wir brauchen ach beinahe hätte ich vergessen hier noch zwei pinheader die brauchen wir um hier dieses zwei polige jst kabel anzuschließen da kommt nachher der buzzer dran das seht ihr aber jetzt gleich ich würde sagen ich lege einfach mal los und wir löten als erstes mal hier diese ganzen drei pinbuchsen auf die platine damit wir da später unsere sensoren anschließen können dazu setze ich die buchse einfach hier auf die platine drehe die platine jetzt um und halt mit diesem ärmchen die buchse einfach an ort und stelle um sie dann von der rückseite zu verlöten wie immer gilt hier den löt kolben lieber etwas wärmer und dafür nicht so lange an die entsprechende lötstelle halten das ist immer besser als den löt kolben zu kalt zu haben und dann hier dauerhaft drauf zu brutzeln das mögen die bauteile nicht so sehr so und dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten so die ersten steckkontakte sind auf der platine montiert und ich würde sagen wir machen direkt weiter mit den beiden anschlüssen hier unten und dann können wir uns auch schon um die widerstände und den arduino kümmern das vorgehen ist hier natürlich das gleiche so kommen wir als nächstes zu den beiden widerständen die liegen wir einmal ein bisschen krumm und dann haben wir hier einen 100 oben der ist für den buzzer den lassen jetzt einfach mal hier in der mitte rein fallen und auf der rückseite wie ich dann die beinchen immer einfach ein bisschen auf seite dann kann ich hier das ganze wieder loslassen und er fällt halt einfach nicht mehr raus das gleiche machen wir jetzt mit dem 10 kilo ohm widerstand hier auch noch das ganze platzieren auf der rückseite ein bisschen krumm biegen und dann können wir die beiden hier unten verlöten so die beinchen hier können noch weg die knipsen wir einfach ab so und das einzige was jetzt noch fehlt sind hier die buchsenleisten für die note mcu damit wir diese nachher auch wieder abnehmen können ihr könnt ihr natürlich auch hier fest verlöten ist allerdings etwas unpraktisch wenn ihr da noch mal dran wollt oder wenn ihr das projekt einstampft und die note ist darauf verlötet finde ich immer etwas schade deshalb hole ich mir noch schnell zwei buchsenleisten die wir hier drauf platzieren können so hier haben wir die buchsenleisten und die schneiden wir jetzt mal eben kurz zu dazu stecke ich die mal eben kurz hier unten auf die note mcu so sehen wir ohne abzuzählen direkt wie viel beinchen wir brauchen so und ihr seht ihr dieses bein ist das erste freie und genau darauf schneiden wir das ganze jetzt mal durch so und das gleiche machen wir jetzt einfach noch mal stecken dass sie drauf und das erste freie beinchen schneiden wir wieder durch so und jetzt haben wir hier zwei gleich lange buchsenleisten die wir jetzt auf der platine platzieren ich mache noch eben die kanten ein bisschen gerade jetzt machen wir es hier mit genauso wie mit den anderen bauteilen und zwar stecken wir das hier rein verklemmen das mit dem zweiten arm und löten es fest so ich habe jetzt die erste leiste mit zwei lötpunkten fixiert jetzt stecke ich die note mcu direkt hier drauf mit der zweiten buchsenleiste so fixieren wir die leisten dass sie auch nicht mehr verrutschen können und wir haben sie direkt in der position wie wir sie am ende auch brauchen so haben wir jetzt die note mcu hier schön drauf sitzen und können das ganze jetzt von unten verlöten und damit ist die platine auch schon fertig verlötet und jetzt müssen wir nur noch sehen dass wir die ganzen kabel hier an die ganzen sensoren kriegen also platine mal erst auf seite und wir machen weiter mit den sensoren ich nehme dazu jetzt einfach mal hier das erste kabel und fangen wir einfach mal an mit dem gas sensor mq2 das ganze ist von unten eigentlich bei den sensoren immer ganz gut beschriftet wir haben hier ground digital und analog out und wir haben den vcc in unserem fall möchten wir jetzt den analog out benutzen denn so haben wir halt das volle spektrum der sensorwerte zur verfügung und eben nicht nur 1 und 0 also verwenden wir den ersten den zweiten und den letzten pin den d out schließen wir gar nicht erst an wir verwenden immer die rote leitung für 5 volt die schwarze leitung für ground und die gelbe leitung für den daten pin am besten legt ihr euch noch etwas schrumpfschlauch parat oder eben isolierband oder was auch immer aber sorgt dafür dass ihr hier keinen kurzschluss hinterher bekommt wenn mal irgendwo was am kabel wackelt oder ähnliches also die anschlussstellen solltet ihr auf jeden fall in irgendeiner form isolieren ich schneide mir jetzt dafür hier mal eben ein paar kurze stücke meines schrumpfschlauch zurecht und dann legen wir mal los als erstes den schrumpfschlauch drüber den draht positionieren und wie immer nicht zu lange löten daten pin den schrumpfschlauch drüber an den analogen ausgang und jetzt das gleiche nochmal mit ground so wenn ihr alle kabel dran habt können wir jetzt den schrumpfschlauch nach vorne schieben so ich lege die alle bis auf anschlag nach unten nehmen wir mal kurz ein feuerzeug und unser erster sensor ist fertig und das machen wir jetzt erstmal bei allen anderen sensoren auch noch machen wir als nächstes den dat sensor denn der ist nicht beschriftet das heißt hier muss man dann doch wissen wie dieser anzuschließen ist und deshalb gehen wir den noch mal eben gemeinsam durch die anderen dann mache ich jetzt gleich im schnelldurchlauf so wenn ihr den dat so vor euch liegen habt wie ich jetzt also dass ihr auf das gitter guckt die beinchen zeigen nach links dann ist das hintere beinchen der 5 volt anschluss das vordere beinchen der ground und das mittlere beinchen neben dem 5 volt anschluss nutze ich immer als den data pin also wir machen es wieder wie eben ich schiebe jetzt nur diesmal direkt den schrumpfschlauch drüber dann kann man ihn auch nicht vergessen ich denke jeder der schon öfter gelötet hat kennt das dann ist das kabel gerade fest und dann sieht man den schrumpfschlauch noch auf dem tisch liegen also am besten immer direkt alle drei drauf schieben so und dann legen wir direkt los also für alle die sich fragen wie der bewegungsmelder hier anzuschließen ist nehmt mal einfach hier diese kappe ab in der regel findet ihr unter der kappe die beschriftung der drei pins so ich bin jetzt bei den neopixeln angekommen bei dem kleinen led ring und die haben auch noch mal eine kleine besonderheit die ich noch nicht erwähnt habe und zwar haben die hier jeweils drei pins als eingang und drei pins als ausgang hier müsst ihr auf jeden fall darauf achten dass ihr die drei pins des eingangs verwendet denn wir wollen das signal reinschicken und nicht den ausgang verwenden denn hier am ausgang habt ihr nur die möglichkeit noch weitere adressierbare rgb leds anzuschließen ansonsten ist das ganze ganz normal beschriftet also wie gehabt so kommen wir nun zum buzzer zu unserem kleinen pieper auch hier der hat zwei unterschiedlich lange beinchen das längere ist der plus pol ist in der regel aber auch oben auf der kappe noch mal markiert beziehungsweise wenn ja neu zugesendet wird dann ist ja auch noch mal eine schutzfolie drauf wo in der regel am plus pol so eine kleine lasche ist wo noch mal ein plus drauf ist aber wenn beides nicht vorhanden ist das längere beinchen ist der plus pol so und dann fehlt jetzt nur noch die buchse für das netzteil und hierfür muss man eigentlich nur wissen außen ist ground in der mitte ist 5 volt oder die plus leitung und hier unten drunter das längere beinchen ist der ground also die äußere kante und das kurze beinchen ist der 5 volt anschluss also hier drin der stift also verlöten wir das ganze auch noch ich würde jetzt hier einfach zwei kleine kabel dran so wir haben jetzt alle sensoren verlötet wir haben die platine verlötet die not mcu liegt parat und jetzt kommen wir mal zu dem 3d gedruckten gehäuse und zwar besteht dieses gehäuse aus zwei teilen einmal dem deckel der eigentlichen pyramide und der boden platte die habe ich etwas massiver gestaltet damit im boden auch die schrauben versenkt werden können womit wir nachher den deckel daran fest schrauben können ihr seht hier haben wir eine kleine vertiefung für die rgb leds also für den neopixel ring hier noch eine kleine kabel durchführung und hier die montagebuchsen für unsere platine die montagebuchsen sind jetzt zur zeit einfach nur 4,2 mm löcher und die habe ich extra auf dieses maß gesetzt damit wir hier 3 mm einpressgewinde verwenden können und davon hole ich mir jetzt mal eben kurz vier stück und zwar geht es mir hier um diese messinghülsen die haben in der mitten gewinde sind außen so bisschen schraffiert und das dient nachher dazu dass wir die jetzt in diesen löchern versenken können die sich in dem kunststoff mit dieser schraffierung außen fest krallen ja und dann können wir nachher hier schrauben reindrehen ganz normale m3er schrauben und haben hier ein anständiges gewinde drin und die drücke ich hier nicht einfach so rein sondern ich platziere sie grob und dann nehme ich mir den lötkolben und zur sicherheit meinen seitenschneider um auch zu garantieren dass sie unten bleiben wenn ich den lötkolben wieder raus ziehe heißt ich mache sie kurz heiß und ziehe das ganze dann direkt wieder raus nummer eins ja das ist mitunter ein bisschen friemelig nummer zwei nummer drei die ist ein bisschen tief gerutscht sollte aber halten so und die nummer vier die ist auch drin und jetzt machen wir das gleiche nochmal hier bei der pyramide in diesen zwei löchern so hier muss ich jetzt mal gucken wie ich das macht da ich die pyramide gleichzeitig auch noch festhalten muss ich hoffe es geht so jawohl der lötkolben geht raus ohne mir das ding wieder rauszuziehen jetzt drehen wir das ganze mal und machen das in der anderen ecke auch noch ja und so haben wir jetzt die entsprechende gewinde die wir brauchen eingelassen und können jetzt mit der montage der restlichen bauteile beginnen als erstes würde ich sagen wir montieren mal die leds diese müssen so hier unten rein und ich fange mit den leds am liebsten an einfach aus dem grund das kabel kommt hier unter der platine raus wenn ihr das seht und von daher können wir da jetzt noch am besten mit agieren sonst müssen wir nachher hinterher sogar noch die schrauben wieder rausnehmen das wäre natürlich ein bisschen lästig ich montiere die sensoren alle mit meiner heißklebepistole von daher stecke ich die jetzt mal eben ein also hier ein punkt hier ein punkt hier ein punkt hier ein punkt und dann drücken wir das ganze hier schnell rein lassen das kurz antrocknen und fertig ist der erste sensor oder in dem fall ist es ja kein sensor in dem fall sind es ja einfach nur leds aber jetzt können wir die platine montieren wie rum ihr die hier drauf schraubt ist letzten endes euch überlassen was euch besser gefällt ich werde sie jetzt einfach mal so rum hier drauf platzieren such mir mal eben kurz ein paar schrauben so und somit haben wir die platine jetzt auch schon fest montiert so wie ich gerade gemerkt habe die seite hier war als ausgang für die leds ein bisschen ungünstig deshalb habe ich das ganze jetzt noch mal schnell eben umgedreht denn den led anschluss haben wir hier unten da können wir jetzt die leds also schon mal direkt anschließen haben damit das erste teil auch schon an unserer platine verdrahtet schieben das jetzt mal beiseite und nehmen uns jetzt mal den deckel vor hier unten haben wir im deckel so ein kleines loch und das ist für unseren helligkeit sensor weil man da später sonst schlecht dran kommt würde ich sagen fangen wir damit mal an und ja wir müssen jetzt irgendwie mal gucken wie wir das hier festkriegen eigentlich habe ich hier noch eine strebe rein designt die ist mir irgendwie weggebrochen ich wollte es jetzt aber nicht nochmal drucken weil der druck doch recht lange dauert ich biege das hier jetzt einfach so ein bisschen rum platzier diesen sensor mal da unten an der decke leg ihn so in die richtung zu dem kleinen 8 millimeter loch hier unten weil hier kommt nachher nur die strombuchse dran ansonsten ist diese seite hier frei das heißt hier können wir diesen sensor wunderbar platzieren und jetzt gucken wir mal dass wir hier einen tropfen heißkleber drauf packen so und das machen wir hier an der ecke auch noch und die andere seite am besten auch und dann seht ihr haben wir hier auch schon unseren helligkeit sensor im deckel integriert der wohl offensichtlichste sensor ist hier dieses rechteck das ist natürlich der dat 22 und den setze ich jetzt hier einfach mal rein das kabel habe ich schon so ein bisschen vorgebogen zur seite und auch den machen wir mit einem tropfen heißkleber auf beiden seiten fest kabel fixiere ich hier auch mal ein bisschen und dann haben wir hier unter dem dat ein etwas größeres loch das ist für unseren mq2 sensor und auch den punktieren wir jetzt mit heißkleber fest ja dieses große loch ich denke mal das kann sich jetzt auch schon jeder denken das ist für unseren bewegungsmelder den bewegungsmelder empfehle ich euch so rum hier drauf zu setzen einfach aus dem grund dann kommt ihr später noch an die einstellschrauben wieder dran also auch hier den sensor platzieren und mit heißkleber fixieren jetzt haben wir die ersten vier sensoren hier schon drin inklusive den leds machen wir also weiter mit diesen zwei befestigungen und zwar habe ich hier zwei steckvorrichtungen vorgesehen die obere ist für unseren pieper also den piezo buzzer und die untere ist für das mikrofon fangen wir mit dem piezo an den stecken wir hier einfach rein da muss auch nichts verklebt werden die halten problemlos so bei dem mikrofon müssen wir ein bisschen aufpassen das ist mit recht dünnen drähten hier auf der platine die sollten wir nicht abbrechen und die dürfen auch nachher nicht kurz geschlossen sein die steckvorrichtung ist ziemlich stramm insofern müsst ihr mal gucken wie ihr das am geschicktesten hier rein gedrückt kriegt so und dann wie ich das ganze einfach so ein bisschen hier hoch damit das ganze gleich fixiert ist klebe ich jetzt hier mit einem tropfen heißkleber einfach das kabel fest so und jetzt bleibt eigentlich nur noch unser stromanschluss und den schieben wir einfach die kabel durch das loch ziehen das ganze bis anschlag durch und dann haben wir hier unsere mutter die kommt dann von der innenseite da drauf so und somit haben wir alle sensoren im gehäuse untergebracht so sieht das ganze jetzt von außen aus und ich würde sagen wir schließen das ganze jetzt noch an der platine an das mikrofon ist hier beschriftet mit sound dann haben wir hier unseren bewegungsmelder unser dat 22 ist direkt neben den nano leafs der mq2 ist hier ganz alleine der hat auf die seite nicht mehr drauf gepasst dann bleibt nur noch einer übrig und das ist unser helligkeit sensor so damit hätten wir alle drei stecker schon mal montiert hier haben wir noch unseren pieper der muss hier drauf auf die zwei pins und unsere zwei stromkabel so sieht das ganze jetzt aus hier habe ich jetzt die beiden stromkabel schon mal rein gesteckt die schraube ich jetzt mal eben fest so und jetzt können wir noch abschließend hier unseren pieper eben anschließen zack so und so haben wir jetzt eigentlich alle bauteile soweit vollständig und montiert das einzige was jetzt noch fehlt wir haben ja noch unsere not mcu nicht wieder auf der platine das geht aber auch noch nicht denn da muss erstmal jetzt die software drauf und dafür gehen wir jetzt mal kurz ins büro ja hier sind wir jetzt in meiner haussteuerung genauer gesagt im bereich sensoren und ich habe hier schon mal einen reiter 8 in 1 sensor erzeugt und diesen möchten wir jetzt eben mit unseren werten des sensors füllen damit wir hier jetzt werte einbinden können muss unser node mcu natürlich erstmal sein programm erhalten und das machen wir wieder mit esp home das heißt ich klicke links mal auf esp home dann habe ich hier oben schon das programm sensor pyramide wohnzimmer vorbereitet wir gehen also hier mal auf edit ja und es handelt sich hierbei um ein normales esp home programm das heißt den oberen block den kennen wir schon wir haben hier esp home den namen des programms geben wir an um welche plattform also welchen chip es sich handelt in unserem fall bei der node mcu ist es ein esp 8266 und wir nutzen als bord node mcu v2 dann kommen hier die wlan daten und noch diverse standard einträge wie zum beispiel logger und dann können wir hier unten noch das api passwort und das over the air passwort festlegen die passwörter und die ss ids die müsst ihr bei euch natürlich anpassen also access point könnt ihr lassen wie es ist der ist ja nur für den fall dass er eben nicht in euer wlan verbinden kann das heißt was hier steht ist relativ egal ja aber da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein sondern wir kommen direkt zu unseren sensoren das ganze programm unterteilt sich in vier verschiedene bereiche und zwar haben wir einmal unsere sensoren also sensoren die nicht nur 1 und 0 zurück liefern sondern eben verschiedene werte und dann haben wir unsere binary sensoren das sind dann eben die sensoren die nur 1 oder 0 kennen an oder aus hell oder dunkel laut oder leise wie auch immer aber die nur zwei zustände kennen so und abschließend haben wir hier noch switch und light schauen wir uns die punkte mal von oben nach unten der reihe nach an und beginn dabei mit dem bereich sensor als ersten sensor haben wir hier unseren dht der dht 22 hängt am gpio 12 und der liefert uns ja temperatur und luftfeuchtigkeit zu diesen beiden messwerten habe ich hier einmal einen namen also das label hinterlegt und wir geben zusätzlich noch an in welcher maßeinheit das ganze zurückgegeben werden soll also bei temperatur in grad celsius und bei der luftfeuchtigkeit in gramm pro kubikmeter abschließend sagen wir ihm noch aktualisier deinen wert bitte nur alle 60 sekunden und damit ist der dht auch schon fertig als nächstes kommt der mq2 sensor also unser gas sensor hier werden wir einfach nur die anliegende spannung an dem anschluss a0 aus und geben diese zurück unter dem namen wohnzimmer gas dazu verwenden wir die plattform adc so damit sind wir auch schon bei den binär sensoren diese sind alle vom plattform typ gpio und als erstes fangen wir an mit unserem bewegungsmelder der bewegungsmelder hängt am gpio 5 wir haben ihm den namen wohnzimmerbewegung gegeben und eine device class motion device class ist also die geräte klasse heißt hier drüber können wir ihm sagen was für eine art von sensor ist das überhaupt in dem fall also motion für bewegung das ändert eigentlich nichts an dem verhalten des sensors sondern darüber sagen wir einfach nur was er uns als status zurückgeben soll dadurch sagt er uns bei einem high signal bewegung erkannt bei licht heißt es also licht ein und licht aus bei sound zum beispiel geräusch erkannt ja und diese zurückgegebenen status werte können wir eben über device class regeln weil ansonsten würde er hier ja immer nur an oder aus zurückliefern als nächsten sensor haben wir dann unseren helligkeit sensor der hängt an gpio 4 wir haben ihn wohnzimmerlicht genannt es von der geräte klasse licht also light und hier haben wir direkt die nächste besonderheit und zwar einen filter denn der helligkeit sensor der liefert nicht wie man das eigentlich erwarten würde bei so einem sensor ein high signal wenn es hell ist sondern der liefert uns wenn es hell ist low und wenn es dunkel ist high und das heißt wenn wir den filter weglassen würden würde er im normalfall immer wenn es hell wird sagen es ist dunkel und wenn es dunkel ist dann sagt das ist hell und wenn man so einen fall hat dann kann man mit so einem filter arbeiten und zwar mit dem filter inward der macht nichts anderes als eben die auswertung von diesem signal des sensors einfach umzudrehen also durch diese zwei zeilen filters und invert weiß esp home jetzt beziehungsweise die node mcu dass wir eben nicht bei high ein helles licht haben und bei low ein dunkles licht beziehungsweise gar kein licht sondern dass es eben genau andersrum ist also dass er es umgekehrt betrachten muss und sagt uns jetzt bei low licht ist an und bei high licht ist aus als letzten binären sensor haben wir noch unseren ton sensor also das mikrofon das hängt an gpio 14 hat den namen wohnzimmer ton und ist von der device class sound hier sind sonst keine weiteren besonderheiten kommen wir also direkt zum switch hierbei handelt es sich um unseren buzzer also um unseren kleinen piezo pieper der hängt an gpio 0 so und als letztes haben wir noch unsere kategorie light hierbei geht es um unseren neopixel ring und der ist von der plattform fast led unterstrich clockless chipset ist ws28 12b unser led ring hängt am gpio 13 hat 12 leds die rgb reihenfolge ist grb der name von dem gerät ist nachher wohnzimmerpyramide led und wir haben hier noch eine id vergeben pyramide led ja wir speichern das ganze jetzt einfach nochmal zur sicherheit so und jetzt müssen wir dieses programm auf unsere node mcu flaschen dazu schließe ich jetzt mal die node mcu am usb anschluss des raspberry pi an auf dem mein home assistant server läuft hier sehen wir jetzt er hat die node mcu schon erkannt heißt wir wählen jetzt hier unseren usb aus darüber sagen wir jetzt esp home dass wir jetzt dieses sketch auf usb 0 flaschen möchten und das tun wir indem wir hier jetzt auf upload klicken das dauert jetzt einen ganz kleinen moment so das hochladen ist abgeschlossen ihr seht hier liefert er uns auch schon die ersten sensor werte die sind natürlich quatsch denn der esp hängt jetzt gerade bei mir lose im flur und hat keinen einzigen sensor angeschlossen wenn wir aber mal hochscrollen stück dann sehen wir hier er ist in mein wlan verbunden unter dem richtigen hostnamen hier seht ihr auch noch mal die signal stärke wichtig ist auf jeden fall dass ihr nach dem hochladen seht success ja und insofern können wir jetzt unsere node mcu in unsere pyramide einbauen so die software ist auf der node mcu drauf und insofern können wir die jetzt noch eben ins gehäuse einbauen einmal kurz deckel hoch eben kurz gucken die antenne von der node mcu ist ja eingezeichnet insofern muss die so rum hier drauf ist jetzt ein bisschen friemelig mit den kabeln dazwischen aber das sollten wir noch hinbekommen so platziert einmal kontrollieren dass ihr auch wirklich die pins in der richtigen stelle habt und nicht jetzt hier ein beinchen irgendwie frei schwebt und wenn ihr so weit seid dann könnt ihr das ganze jetzt auch zuschrauben ein bisschen gucken wo liegen die kabel damit ihr jetzt hier nichts abreißt wenn ihr das ganze zu macht dann können wir jetzt hier die schrauben nehmen und das ganze mit dem schraubendreher festziehen so der 8 in 1 sensor ist fertig er ist fertig montiert er ist fertig verlötet und die platine hat ihre software heißt wir können uns das ganze jetzt mal im live betrieb ansehen wir müssen hier nur ein 5 volt netzteil anschließen er verbindet ja dann automatisch in unser funk netzwerk sollte dann darüber direkt mit unserem home assistant server kommunizieren und wie das jetzt aussieht das schauen wir uns jetzt nochmal eben kurz an ja also nochmal zurück nach home assistant wir sind noch im esp home und ihr seht hier oben sensor pyramide wohnzimmer hat auch den grünen balken ist also mit esp home verbunden sie hängt nicht mehr am usb anschluss also sie wird jetzt nur noch über das 5 volt netzteil gespeist und obwohl sie nicht mehr am usb anschluss hängt haben wir jetzt halt trotzdem dank ota also over the air die möglichkeit hier auf die locks zuzugreifen das können wir uns ja mal eben kurz angucken und da seht ihr direkt die ersten meldungen kommen ja und da das gerät jetzt gerade noch neben mir steht und während ich hier rede meldet er natürlich jetzt hier auch die ganze zeit ton solange ich nichts sage ihr seht jetzt hier die pause passiert da auch nichts scrollen noch mal kurz ein stück zurück da seht ihr jetzt hat er auch temperatur und luftfeuchtigkeit übertragen die 28 grad halte ich ehrlich gesagt ein bisschen für ein gerücht also ich würde sagen wir haben so 24 vielleicht jetzt gerade hier im büro aber vielleicht vertue ich mich auch aber das mag vielleicht auch ein bisschen der abstrahl wärme von der note mcu und den anderen sensoren geschuldet sein hier sehen wir unseren gas sensor 0,11 volt also ihr seht auf jeden fall die sensoren arbeiten jetzt schon aktiv bewegung wurde auch schon erkannt und ich würde sagen wir binden jetzt mal eben diese sensoren noch in unsere sensor übersicht ein ich wechsele dazu jetzt hier mal auf die anzeige wir sagen hier oben benutzer oberfläche konfigurieren und fügen jetzt einfach mal eine neue karte hinzu und da nehmen wir als erstes einfach mal die karte elemente jetzt suche ich hier einfach mal nach wohnzimmer und wir fangen mal an mit dem bewegungsmelder dann haben wir hier die helligkeit dann haben wir den ton ne die ersten beiden waren falsch genau binary sensor wohnzimmer licht und der erste hieß auch nicht bewegungsmelder wohnzimmer sondern wohnzimmer bewegung so jetzt passt jetzt sehen wir hier ruhig und no light wenn ich mich jetzt hier bewege sagt der bewegung erkannt also das funktioniert schon mal so was hatten wir denn noch hier haben wir den gas sensor da haben wir die luftfeuchtigkeit so dann wohnzimmer unterstrich temperatur so jetzt haben wir 1 2 3 4 5 6 dann haben wir noch wohnzimmer buzzer genau das war unser pieper und dann fehlt zu guter letzt noch wohnzimmer led ne die hieß aber anders pyramide led hieß sie so und damit haben wir 1 2 3 4 5 6 7 8 geräte das ist unsere gesamte pyramide wir nennen das jetzt auch mal wohnzimmer pyramide so ja der gas sensor das ist auch scheinbar ein anderer wo ist er hier da habe ich also auch den falschen erwischt es wäre wohnzimmer gas gewesen jawohl jetzt haben wir hier auch ein wert und wir sagen mal speichern ja und hier seht ihr no light ich schalte mal kurz hier das licht ein so jetzt sagt er auch light detected wenn ich das licht wieder ausschalte seht ihr direkt kein licht mehr während ich rede sagt er immer geräusch erkannt vielleicht doch nicht es ist genau falsch rum das heißt den tonsensor müssen wir auch noch mal invertieren genauso wie wir das bei dem helligkeitssensor auch gemacht haben dazu wechseln wir also nochmal eben nach esp home sagen hier nochmal bearbeiten dann haben wir hier den tonsensor und hier drunter schreiben wir jetzt auch noch einmal filters und wir hätten gerne auch den filter invert da fehlt noch eine leertaste so jetzt ist er auch zufrieden wir speichern das ganze und sagen nochmal eben upload ihr seht ich habe jetzt nicht mehr den usb anschluss ausgewählt die node mcu ist ja jetzt auch schon im gehäuse da wir sie aber schon mal geflasht haben und genau dieses programm ja auch da drauf gepackt haben können wir sie jetzt over the air flashen heißt wir müssen sie gar nicht mehr anschließen sondern können direkt über wlan das image hochladen und das ganze programm darauf aktualisieren das passiert jetzt hier gerade er schiebt gerade per wlan hoch aktualisiert die software und jetzt gleich müsste er auch direkt wieder die log daten ausgeben er verbindet gerade neu ja wohl update hat funktioniert ton wird signalisiert und wir schauen mal ob er jetzt die stille auch als stille anzeigt ich klicke immer wieder auf stopp wir gehen wieder auf sensoren und jetzt seht ihr hier solange ich nicht rede steht hier stille und nur wenn ich was sage dann kriegt er hier auch diesen impuls geräusch erkannt hier könnte man ihm jetzt auch noch sagen dass er zum beispiel das an signal für mindestens eine sekunde aktiv lassen soll oder solche sachen also optimieren kann man das ganze immer noch aber ihr seht die sensoren funktionieren ich könnte jetzt auch mal hier den buzzer aktivieren ja ich denke das konnte man hören und genauso können wir natürlich auch die led schalten dann haben wir hier auch noch die möglichkeit die farbe der led einzustellen und genauso können wir hier auch noch den helligkeitswert dieser led konfigurieren wie jetzt die led in der pyramide aussieht habe ich jetzt nicht mehr extra mit rein geschnitten aber da würde ich euch gleich im abspann einfach ein paar bilder beziehungsweise einen kurzen video ausschnitt noch einblenden wie die leds innerhalb der pyramide jetzt im betrieb aussehen ja soviel zum thema 8 in 1 sensor ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir soweit folgen falls ihr doch noch irgendwelche fragen habt schreibt sie mir gerne unten in die kommentare ansonsten wenn euch das video gefallen und weitergeholfen hat freue ich mich riesig über einen daumen hoch abonniert auch direkt meinen kanal und klickt auf die glocke wenn ihr kein video mehr verpassen wollt ich würde mich freuen wenn wir uns im nächsten video wiedersehen verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten video ciao ciao